Das Tief Gudrun schickt uns gleich zwei nasse Unwetter und zwar gibt es Gewitter und dann auch noch Dauerregen obendrauf. Und das sieht man hier ganz gut, denn südlich der Donau, da bildet sich bereits um Mittag eine Schauer- und Gewitterlinie hier und dahinter kommt nochmal Dauerregen. So und die Gewitter entwickeln sich, die werden immer stärker, das ist jetzt 15 Uhr und da ist auf jeden Fall mal Hagel mit dabei, wenn nicht sogar eine schwere Gewitterböe mal bis 100 kmh ist da schon drin und dann kommt noch der Dauerregen hinterher, der verstärkt sich auch nochmal gegen Abend. Also Wasser ist das Thema, das Hauptthema, denn innerhalb von wenigen Stunden, innerhalb von zwölf Stunden, fällt sehr viel Regen. Und das sehen wir auf der nächsten Karte ganz gut, denn es fallen bis zu 30 Liter Regen auf den Quadratmeter und örtlich kann das auch nochmal mehr sein. Also es kann schon mal eine Straße überflutet werden oder sogar ein Keller volllaufen, denn es kommt tatsächlich sehr viel Wasser runter innerhalb weniger Stunden. Okay, aber es gibt ja nicht nur Regen, sondern die Temperaturen gehen ja auch noch ganz schön in den Keller runter, also fallen um bis zu 10 Grad. So und wie geht das Ganze weiter? Tja, zwar gehen die Temperaturen zurück, aber Hochsteffen breitet sich auch aus und Hochsteffen macht es dann auch wieder warm zum Mitte nächster Woche. Wir sehen sogar, dass es im Norden, also in Hamburg ist es teilweise wärmer als in München. Und also es kommt wieder warme Luft zum Mitte nächster Woche und Hochsteffen lässt auch die Sonne scheinen. Das heißt, sonnig ist es sowieso und auch die warme Luft kommt zum Mitte der nächsten Woche wieder und dann wird es doch wieder sommerlich warm werden. Die besten Vorhersagen für Ihren Ort finden Sie auf Instagram.